Ich wünsche einem guten Morgen hier. Willkommen zum 11. Tag. Heute wollen wir die Rheintour machen, wie ihr schon mitgekriegt habt. Wenn wir heute... oder Rhein endet und der Rhein weiter fließt. Tatsächlich habe ich euch schon erzählt. Erst wieder beim Brötchen. Heute mal eine Banane gesnackt. Weil Banane gut schmecken. Wobei ich Bock hatte auf Banane. Ich habe schon so viel Scheiße gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Es ist auch gerade mal 7 Uhr noch was. Ist auch kein Wunder. So, ich esse es jetzt hier auf. Frühstück. Und dann mal gucken, was das Wetter sagt. Heute wird es ja wieder regnen. Dementsprechend wollen wir sich auf dem Wetter anziehen. Anziehen. Jetzt sitzen wir hier irgendwie an der Öffnung. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Rheinöffnung sein soll. Wo da Rhein rein fließt. Man sieht hier nichts. Wir kommen nicht richtig da ran. Auf alle Fälle... Scheißwetter. Ich habe Jacke an. Irgendwo da hinten soll das sein. Ich habe keine Ahnung wo. Und wir fallen uns auf alle Fälle zum nächsten hin. Und wo da rein wieder... Äh... Weiter fließen. Eba.» A Ba 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 Ba... Und wir om den Temps der Na begriffen Konderaien Bäh, bäh, bäh Bäh, 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 bäh Baudelsee Bäh, 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 bäh Bäh, 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 bäh Baudelsee Lass uns fahren Au Barregen Aber wir danken erst mal Und der rece practise Fgooens! BÄ 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 DょU SEÅ BÄ 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 D住 SeÅ BÄ 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 Both and have a Hunger den Rhein und das machen wir jetzt, jetzt sind wir in die Schweiz, ne 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 Roschak wir sind jetzt wieder hier, wir sind jetzt Mittag, Röcherlachs, schön hier in der Schweiz und ne große Rate dazu, ihr kennt das ja, auf alle Fälle scheiß Regen draußen, habt ihr ja gesehen, wir sind jetzt beim, wo waren wir jetzt, beim Rheinspitz essen wir jetzt hier Mittag, und nachher wollen wir noch zum Rheinstein, und eben gerade waren wir beim, vom anderen, in Mündung, kein Rhein, rein in Mündung, im alle Fälle essen jetzt den Röcherlachs auf, ich hoffe, das schmeckt hier gut, in der Schweiz, und hier Schweizer Essen, und da haben auch immer das schmeckt Ba 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 Bodensee wieder daheim ein gewinntiger kommt auf b a b b a b b b Bodensee b 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 die Uhr geht Jetzt ist mir schon wieder jetzt erst hier ein brothers Genめて ich bekomme jetzt ne Currywurst bei Pommes Jetzt nach unserer Rheinfahrt zurück Deine wir sind jetzt mehr als den halben tag gefahren wir waren heute um Rhein, 10 Stunden unterwegs ungefähr, nur rumgedüst, haben uns die Vereine die verschiedenen Reihenspitzen, habt ihr alles gesehen, auf alle Fälle esse ich jetzt Abendbrot, ein bisschen Currywurst, wenn der große Radler entspannt. Also schön Herr Jungterberge, ich schneide jetzt hier den Vlog und ich fange gleich an und ja ich wünsche euch eine gute Nacht, morgen wollen wir auf alle Fälle zur Schlucht bei der Karrenbahn, morgen wird es wieder schönes Wetter, 23 Grad, kein Regen, perfekt, weil heute war nur scheiß Regen und kalt, es war scheiße, und wir zu der einen Reihenspitze da gelaufen sind, ne Spitze nicht, Mündung, ähm, hat es halt auch so hart geregnet, hat gar keinen Spaß gemacht, gut. Ich gehe jetzt auf alle Fälle hier den Vlog schneiden, danach lege ich mich hin und danach gehe ich mich duschen, denn ihr kennt ja den Tagesablauf und ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft ihr gut, wir sehen uns morgen früh, in eine alte Früche beim Frühstück wieder. Haut rein! Peace out! mut oben niveau oben 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 oben